Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Anno800. Ja, ich habe in der Zwischenzeit jetzt das gemacht, was ich das letzte Mal angedeutet habe. Ich habe jetzt hier die zwei Goldminien angeschlossen. Hier den Weg gebaut, ein Lagerhaus und natürlich jetzt Arbeitskräfte. Rangeschafft in Anführungsstrichen. Aufgelevelt. Ja, die brauchen natürlich jetzt zusätzliche Güter. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ein neuer Auftrag? Ja, lass mich kurz überlegen. Die liefern noch keine Tortilla dahin, auf diese Insel. Das ist die Kaffee- und Goldinsel. Äh, Tortilla. Ja, Tortilla und Rum. Nee. Wir haben aber eine Route, das ist gut. Warte auf. Dann nimmst du jetzt Tortilla mit. Wann bist du denn? Auf der Hauptinsel. Was? Genau. Auf der Hauptinsel nimmst du Tortilla mit. Ganz einfach. Genau. Und hier machst du Entladen. So. Und zusätzlich noch rum. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir wieder noch eine zweite Linie hier einsetzen. Warte mal. Da hin. Genau. Du fährst mal bitte hier hin. So. Lass mich kurz überlegen. Warte eingezeichnet. Wie schaut es jetzt hier mit dem Rum aus? Ja, jetzt flutscht er rum hier aber. Alle Achtung hier, ne? Pass auf. Dann machen wir gleich nochmal ein Tipo hin. Damit wir hier ja nicht in Engpässe kommen. So. Ist fein. Genau. So. Perfekt. Ne? Würde ich sagen. Jetzt müsste der Rum stabil laufen. Ja, das Gold wird dann auch hoffentlich bald flutschen. Und dann können wir die Goldschmelze drüben anbauen. Oder ins Leben rufen, besser gesagt. Genau. Die wachsen jetzt hier. Das ist gut. Wir brauchen immer noch ein paar Arbeiter. Das reicht immer noch nicht, was ich da gemacht habe. Okay. Da... Äh... Eins. Nochmal welche. Bis die hier alle genügend haben. So. Dann brauchen wir wieder ein paar Bauern. So. Ich mach mal hier weiter. Warte mal. Das nächste. Wie flammen die hier? Ne. Das nächste, was wir auch noch brauchen, ist ein Boxring, gell? Das dauert noch ein bisschen. Okay. Äh... So. Feuerwehrhammer. Genau. Okay. Okay. So. Das kommt da hin. Gut. Alles mit dem Tortuja. 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 Das wird sich bald hoffentlich hier geben. Nein! So. Gut. Gut. Das wird sich bald hoffentlich hier geben. Das wird sich bald hoffentlich hier geben. So ist es fein. Okay. Ja, dann können wir jetzt uns langsam wirklich dran machen. Hier. Was ist das hier eigentlich? Was haben die da gemacht? Unterhaltskosten plus Brandgefahr. Produktivität. Nee. Ich wollte eigentlich, was wollte ich denn? Na ja, Ziegel mitnehmen. Nein. Genau, die wollte ich mitnehmen. Damit die da mal ein bisschen verteilt werden. Und zwar auf der Insel hier. Achso, du bist auch schon da. Aber draus ja dann passt es ja. So. Okay. Klipper, Klipper. Das passt. Kapzolone. Bitte. Äh, ja. Die sind eigentlich auch stabil alle. Ja, da werden wir uns jetzt gleich drum kümmern. Um das Gold. Keine Panik. Wie war das vorhin? Die Uhren habe ich mal gelesen. Ich war mal ein bisschen schwach hier auf der Brust. Oder wie war das? Da ist die Uhren, die Fahrräder, was das war. Irgendwas war mal ein bisschen schwierig. Fahrräder, passen Maschinen, passen auch. Kaffee ist auch okay. Ja, die Brillen könnten noch ein bisschen was vertragen. Aber es läuft alles sehr, sehr stabil. Das ist gut. Das ist gut. Einige großen Schwankungen. Oh, was ist hier? Oh, das Mehl. Das flutscht aber jetzt ganz schön nach unten. Äh, warte mal. Mehl. Wo ist denn hier Brot? Ne, doch da. Brot. Mehl. Brauchen wir jetzt noch ein paar, weil sonst... Brauchen wir noch ein paar Windmühlen. Eins. Zwei. Schönen Tag auch. Ja, dir auch. So, bitte. Weil sonst... ... wird es auf Dauer nichts werden. So, was haben wir hier nochmal? Welche installiert? Äh, lass uns mal kurz überlegen. Äh... Warte, wie viel haben wir da jetzt? Acht. Zwölf. Ja gut, das passt. Wir sind sowieso schneller. Ja okay, das ist... Ne, das ist okay. Gut. Kann ich eigentlich da... Warte mal, lass mich mal überlegen. Das sind Ingenieure, gell ich? Ich würde gerne noch ein paar Ingenieure haben, wenn das geht. Ja. Hier im Stadtzentrum vielleicht. So. So, genau. Dann ziehe ich die hoch. Ja, dann nehmen wir die da noch mit. Die Menschen lassen sie hoch leben. So. Ja, wenn wir da ein bisschen mal... ...was versuchen hier. So, genau. Und jetzt brauchen wir da nochmal ein paar Arbeiter. Die müssen wir auch noch hochziehen. So, genau. So, ist doch besser, oder? Ich brauche ein bisschen mehr Einnahmen. Läuft. Genau. So, jetzt schauen wir nochmal in die neue Welt zurück, bitte. Ob die jetzt mit unserem Gold so weit läuft. Wenn so läuft. Ja. Wird langsam. Das ist gut. Die hier haben Tortilla. Das ist gut. Ja, jetzt haben wir gedüngt fast schon. Äh, Kaffee nimmt ab. Das ist okay. Wir könnten eigentlich hier noch... Warum haben die auch gedüngt? Das ist nicht... Äh, warte mal. Kaffee. Ja, wir sollten da vielleicht noch ein bisschen investieren in Kaffee. Ola. Ola. Ja, Ola ist gut. Äh. Erreichen die noch? Ja, das geht gerade noch. Äh. Äh. Ja, das ist ein bisschen blöder hier, ne? Das ist ein bisschen blöder gebaut hier das Ganze. Äh. Ja, geht auch noch. Gerade noch so. Machen wir das mal weg. Ja, ob wir diese Ölfelder hier brauchen, weiß ich nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Puffer hier. So. Genau. Und dann haben wir noch zwei Inseln, würde ich sagen. Äh, zweimal zusätzlich. Das, glaube ich, passt ganz gut. So, was ist denn den mit dem Gold jetzt hier? Die müssen ja flutschen hier, oder? Mittlerweile. Eins. Zwei. Oh, die habe ich nicht angeschlossen. Gell? Die da nicht. Genau. Was fehlt da? Bretter fehlen da mal wieder. Äh. Wo bist du? Da. Äh, warte mal. Bereit für den Einsatz. Guck mal her. Schnell. Nimm mal der Holz mit. Du fährst hierhin, genau. Sind unterwegs. Danke. So, wo ist denn dieses Öl? Die Ölgesellschaft hier ist hier, ne? Da, ja. Wie haben die hier gespeichert? 900. Ja, das ist gut. Wir sollten auch hier nochmal überlegen, ob wir nicht, äh, ein Öllager noch da zusätzlich bauen, damit wir noch mehr bekommen. So, ist eigentlich hier schon alles erschöpft, ja, gell? Ne, 17 haben wir hier. So, mal schauen, wie geht's denn da weiter? Ach, da hinten, ja. Okay. Gut, okay. Ah, hier. Hm, 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 hm. Ja, okay. Passt wunderbar. Ähm. So. Ach so, Öl. Warte mal. Cap Trelawney, ähm, Öl, ja, schaut's eigentlich mit dem Öl aus. Wie viele Schiffe haben wir da jetzt momentan in Sachen Öl? Wird 2. Okay. Hm, interessant. Okay. Ähm, könnt ihr noch eins bauen, oder? Wie kostet der Spaß? Und da halt 500, ja, warum nicht? Warum nicht? Würde ich sagen. Waren wir noch einen Öl-Tanker? Weil dann haben wir hier noch, würde ich sagen, mehr Puffer? Sind Sie neugierig? Nein. Öl-Lager. Ja. Pass auf, dann machen wir hier noch ein Öl-Lager hin. Äh, wo ist es denn? Da. Öl-Lager. Nee. Bist du denn? Da. Leute. Wo ist das Öl-Lager? Nee. Speicherstadt. Na, ich will eigentlich, nee, nee, ich will. Aber Naturkran brauche ich auch nicht. Ich will eigentlich ein Öl-Lager haben. Dicke Berta. Dampfschiff werft. Nee. Und dann machen wir es eben anders. Dann kopiere ich das eben so. Äh, schon ein bisschen blöde hier. Das geht so nicht. Dann mache ich es so hin. Was fehlt da? Nix. So. Okay. Passt. Genau. Dann müssen wir das eben so machen. Ja, im schlimmsten Fall verschieben wir das hier rüber. Dann haben wir hier noch Platz, würde ich sagen, oder? Dann machen wir das mal rüber. So, vielleicht. Ja, warum nicht? So. Okay. Schiff ist am Laufen. Lass mich mal überlegen. Hier, äh. Dich will ich jetzt auch noch hochziehen, damit wir da noch mehr haben. So, da fehlen wieder welche. Ist klar. Dann ziehe ich dich noch hoch. Dann gibt es wieder was zu essen. Ja, ja. Keine Panik. So. So. Okay. Varieté brauchen die noch nicht, gell? Nee. Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Ja, ich weiß. Ich bin ja dran, ne? Nur die Ruhe, Freunde, ne? Nur die Ruhe. Eins nach dem anderen hier. So. Wir haben Zeit. Äh. Neue Welt. Bist angekommen? Ja. Zack. 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 Und. Zack. So. Ich will jetzt noch die andere, äh, hier anbohren, die Remine. Damit das hier auch wirklich alle möglichen angeschlossen sind. Wo? Oh, hier. Wo ist die Feuerwehr? Feuerwehr! Wir schauen hier zu und die Feuerwehr ist nicht da. Das ist schlecht. Wo ist denn da die Feuerwehr hin? Ach, da, hier. Mobilisieren. Soll ich schnell. Hier brennt die Hütte. Macht was. So. Okay. Okay, jetzt müssen wir uns um diese Goldgeschichte kümmern. Die wird uns jetzt noch richtig schön hier reinrassen. Unterhaltskosten 750. Das eine und die Uhrenwerkstatt 1400. Junge, 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 das wird richtig teuer. 100, oh gut, Ingenieure haben wir genügend. Nur, das wird richtig teuer werden hier. 2000, über 2000, die wir da verlieren werden, in Unterhaltskosten. Meine Fresse. Ich schaue nochmal kurz was nach, alte Welt. Mal schauen, hier. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Oh ja, warte mal kurz. Auch die alte Dame ist Verlass. Das ist gut. Das ist auch gut. Ne, Unterhaltskosten will ich jetzt auch noch nicht. Ja, das gefällt mir. Ich traue ihnen trotzdem nicht. Sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. So, Cup Trelawney bitte, oder? Ja, genau. Cup Trelawney. Crown Falls bitte. Und du? Versuchst du etwas Bestimmtes? Ne, eigentlich nicht. Cup Trelawney bitte, genau. Da muss ich mal nachschauen. Da muss ich mal hier gucken, ob die alle noch soweit da sind. Ja, wir brauchen Einkommen, Freunde, weil sonst wird es auf Dauer nichts werden. Ich werde es einfach mal ein paar hochziehen. Wir brauchen Kohle, das ist das Problem jetzt. Jetzt schauen wir mal kurz, weil es die Brille, äh, bei der Brillenfabrik, ja die ist noch stabil. Ja, das passt auch. Das ist auch okay. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja. Ah, jetzt kann ich eine Glühbirne bauen. Das ist ja interessant. Da fehlt aber der Glühfaden. Glühfaden. Okay. Ja, das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Aber zuerst will ich diese Brille machen. Naja, bitte. Nimm sie an. Äh. Ja. Wir müssen erstmal diese nächste Bedürfnisgeschichte erfüllen. Naja, okay. Braucht beides jetzt. Das wird teuer, 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 Freunde. Ja. Äh, was ist jetzt mit dir, mit deinem, äh, Goldvorkommen? Bist du jetzt soweit startklar oder brauchst du immer noch Unterstützung? Kleines Schiffchen? Eins. Okay, dann bist du endlich fertig. Sehr gut. Pass auf. Dann mach ich so, dann werde ich jetzt hier noch eins installieren. Ein kleines Schiffchen. Müssen wir nicht warten. Nee, oder? Wir haben genügend Platz. Also, an dem kann es sicher liegen. Es mangelt an Arbeitskraft. Oh, hier. Tatsächlich. Äh. Vom Stapel gelaufen. Ah ja, mein Öltanker. So, alte Welt nochmal zurück, bitte. Wo bist du jetzt? Äh. Nee, Kapitone ist er. Da ist er. Da ist mein Öltanker. Der muss nämlich irgendwo... Da ist er. Genau. Wie ist das? Das Seepferd. Genau, sehr gut. Äh, Route. Das da. Das Seepferd. Genau. Annehmen. Durchpass. So. Neue Welt. Jetzt hat er wieder genügend, gell? Ja. Okay. Gut. Dann kann der jetzt hier mal dafür sorgen, dass er Gold bekommt. Und. Also das läuft jetzt drüben an. Ne? Würde ich sagen. Ja. Das wird jetzt echt teuer werden, Freunde. Hm. Welche? Hm. 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 Lass mich nochmal mal schauen. Die brauchen doch auch Strom, oder? Okay. Naja, hier fährt der Zug, aber wir haben die Produktion angehalten. Wo brauchen die überhaupt Strom? Ne, eigentlich brauchen die keinen Strom, gell? Nee. Das passt soweit. Das ist okay. So. Ah ja. Jetzt haben wir das gemacht. Sehr gut. Pass auf. Dann werden wir jetzt, äh, Route. Gold. Der tollkühne Tümmler. Für die Glühbirnen brauchen wir ja nicht viel, glaub ich, gell? Warte mal. Halt, halt, halt. Wir sollten da eventuell nochmal eine hinsetzen, eine Anlegestelle. Ich hab das Gefühl, dass die sonst, ja, Probleme bekommen. Genau. Äh, so. Äh, warte mal, wo ist denn hier nochmal, na, diese Glühbirnen, die brauchen eigentlich nur eine Fabrik, ne? Genau. Und Elektrizität optional. Und die hier? Optional. Die brauchen keine Elektrizität. Okay. Doch, die brauchen wir ja fordert, das. Die brauchen auf jeden Fall Strom. Die nicht. Okay. Ja, wie es hier weitergeht, liebe Zuschauer, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja, der Schritt wird jetzt sehr interessant werden. Denn, wir müssen jetzt hoffen, dass uns da, ja, dass wir hier uns nicht übernehmen, ne? Das haben wir uns verdient. Ja, das haben wir uns verdient. Da hast du vollkommen recht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Punkt. Aber es geht natürlich gleich wieder weiter, ne, in der nächsten Folge. Also, bis dann. Die Schrift ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Alles Gute. Tschö. 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 Tschö.